Moin, der Markus hier, der Bandpapa von der Warehouse Stage. Band Nummer 3 von Warehouse Stage Live am 21.10. in der Papiermühle in Homburg-Bröl. Tickets gibt es auf warehousestage.de und die dritte Band ist Anina Schruwe und Hugonien oder Hugo Onion. Wir sind uns immer noch nicht so richtig sicher, wie es sein soll, aber ihr kennt sie, ihr wisst, dass sie alles wegpumpen. Das Tanzbein wird definitiv nicht stillstehen und deswegen seid dabei, wo es Tickets gibt, habe ich schon gesagt, wir sehen uns.